Die bisherige Amtszeit war sehr schön, besonders die grüne Woche und das Volksfest früh gekrönt wurde, aber leider sind die meisten Termine jetzt schon ausgefallen. Ich verspreche ihnen weiterhin eine schöne Zeit, wie sie vorher schon war und ich freue mich auch auf alle, die mich auf dem Weg unterstützen werden. Ja, natürlich würde ich noch ein drittes Jahr dranhängen, das hat so viel Spaß gemacht bis jetzt und ich möchte die Zeit auch nicht missen. Ja, natürlich würde ich noch ein drittes Jahr dranhängen, das hat so viel Spaß gemacht. Also, ich will noch ein drittes Jahr dranlden, das hier ähnelt, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich möchte euch wieder auf den Kolunde an euch auf den Kommentaren Also, ich kann euch quasi mit dem Kolfeld suchen nach Tagesordnungspunkt nghĩert. dann müssen wir was, wenn du so vielico mal ist, was wir im Kopf insgesamt sej 짚az.